Ich mach mal das Ganze jetzt ganz schnell. Tschüss. Danke, dass ihr mich gestört habt. Beerd mich nie wieder. Okay, Aeris hat der Level ab. Oder Red. Hm, jeder ist hier ein Gast des Stammes der G. In einer bestimmten Schlacht getötet. Jeder ist hier ein Geist, also nicht Gastgeist. Deswegen hatte ich den Sinn, ich war schon in einer bestimmten Schlacht. Die rachsüchtigen Seelen der G sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Das Ganze gefällt mir nicht. Oh, eine Truhe. Hm. Au. Fuck. Oh, scheiße, ey. Aeris. Guck mal dich bitte drumherum. Alle haben hier ein böses Auer, Auer. Mach mal weg. So. Erstmal ordnen. Jetzt brauch ich zwei Äther. Wollte auf solche. Ah, da ist die Materie. Zusatzwirkung. Okay. Oh, da gefällt es jemandem nicht, dass ich sie mitnehme. Ah, ja, klar. Ach komm, den hau ich so platt. Der ist es die Mühe nicht wert. Schöne Aeris. So macht man das. Clouds, zeig mir das geht. Genauso. Hitze, level up. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt kann ich endlich mein Feuer 2 ausprobieren. Das, was ich schon eigentlich seit Ewigkeiten machen will, aber nie dazu komme. Naja, nächster Gegner kriegt es ab. Versprochen. So, wo muss ich jetzt lang? Okay. Egal wer du bist, Gegner. Du hast einen super Preis gewonnen. Einmal Hitze 2. Oh, so sind sogar zwei Perni-Daten. Und Rix, sogar der... Ne, Aeris ist die erste. Nein. Oh Gott, ey. Ganzes Gamepad. Jetzt aber, Aeris. Blitz. Grillparty. Und nochmal Limits. Und nochmal Limits. Warte, die können auch Todesurteilen. Vor allem, sie... Sie sehen sehr mit dem Vorderclown aus. Die kleine Monster. Jetzt sieht der echt grotesk aus. Manchmal haben die Entwickler Ideen. Vor allem, es grönen. So, das war's. Boah, der macht brutal Schaden. Der Klingensprall. Level ab. Wunderbar. Äh, hier geht's nicht weiter. Ey, hallo? Ach, Manu. Langsam nervt das. Vor allem, eure nervigen Todesurteile. Könnt ihr nix anderes... Boah, ihr könnt doch was. Hm, klautert mehr als 1000 AP. Geil. Okay, das war's. Dreimal AOE. Rot. Oh, und Reds alle Materie ist aufgestiegen. Schön, schön. So, da bin ich hergekommen. Ich geh mal hier hoch. Und na bitte, hier geht's weiter. Oh Gott, ist das ein Labyrinth. Na egal, ich knack hier erstmal die Truhe. Und irgendwer hat mal wieder was dagegen. Die übliche Weise. Feuer 2. Blitz 1. Blitz 2. Das geht dann schnell. Kostet ein paar Zeit. Und ist gut für die Umwelt. Warum sag ich ja gerade so gut für die Umwelt, ey? Wie hab ich's bestimmt auch bekommen. Ich hab keine Ahnung, was für Flausen manchmal mit meinem Kopf immer rumschwirren. Aber jetzt ist auch gleich wieder der Level ab. Boah, hier kriegt man so viele AP. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sofort die Leute austauschen. Und was haben wir da? Schwarzes Megafon. Ist doch was für Kate. Hoffen wir mal. Da oben war noch eine. Und wetten, ich werd angegriffen. Wetten? Noch könnt ihr wetten. Eta. Tja. Wer jetzt darauf gewettet hat, dass ich mal nicht angegriffen werde, hat verloren. Weil ich war immer noch in der Nähe der Truhe. So, Blitz. Blitz 2. Und... Feuer 2. Und die Grillpartie kann steigen. Wenn der Eiweiz! Ja. Hah! Wow! Ja. Ja. Ciao! 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 die 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 wunderschöne aber man kann immer noch später gucken und hier geht es nicht weiter also muss ich wieder die Treppe hoch und ist da was? ist da was? Nein mach mal nur Mensch Monster seht's ein ihr habt null Chancen gegen mich oh 5 Würmchen das könnte spannend werden mal sehen Feuer 2 Blitz 2 Blitz 1 ey die haben es geschafft mich schonmal zu vergiften nicht schlecht ich meine das sind 5 Viecher dass ich kassiert pro Runde 5 Angriffe wenn nicht mehr daneben und bam das war's oh kälte hat auch sein Level abgekommen bei ihm nice nice so wenn wir jetzt mal ohne lästige Monster Unterbrechungen weitermachen können danke wie du siehst wird diese Höhle zur Rückseite des Cosmo Canyon die G waren größer als wir die G waren größer als wir